Gute ihr Guten, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einem weiteren Video und einem weiteren Video, was ich bereits angekündigt habe, über das Thema Rammstein beziehungsweise über das Thema Herzeleit. Einmal die Originale, einmal die Remastered 25 Jahre Jubiläumsedition. Ich habe sie gestern unboxed, wenn ihr das sehen wollt, dann schaut mal hier oben rein, ist hier verlinkt. Und jetzt kümmern wir uns mal darum, die Frage zu klären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der originalen Audio und der Remastered Audio? Lohnt es sich überhaupt, zu Remastered zu greifen, wenn man die Originale bereits besitzt? Gibt es einen großen, entscheidenden Vorteil? Ja oder nein? Wir klären das jetzt und gehen direkt auch mal in die DAW. Ich bin hier in meinem Cubase und habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe hier zwei Spuren angelegt, einmal Herzeleit 1995, einmal Herzeleit XXV, also 25. Ich habe hier zwei Songs reingezogen, einmal wollt ihr das Bett in Flammen sehen, einmal Seemann, um mal zwei charakteristische Eigenschaften des Sounds ein bisschen zu klären. Ich werde relativ wenig Audio tatsächlich abspielen, nicht dass da irgendwie ein Claim draufkommt und das Video im Endeffekt noch gesperrt werden würde. Das wäre nämlich nicht so ganz im Sinne dieses Videos, deswegen ich werde nur ganz, ganz kurze Audioships verwendet, nur um das Nötigste zu zeigen. Und es geht im Prinzip darum zu zeigen, was bewirkt eigentlich die Remastered Version und bewirkt sie überhaupt irgendwas. Ich habe hier mal auf meinem zweiten Bildschirm, das ziehe ich gerade mal kurz hier rüber, damit ihr das auch sehen könnt, habe ich hier mal schon im Mischfenster quasi. Ich habe hier mal zwei verschiedene Analyzer reingeladen, einmal den M-Analyzer von Melda Productions, das ist ein kostenloses Plugin, und einmal Ozone 9 Elements von Isotope, das ist nicht unbedingt ein Analyzer. In dem Sinn, das ist eigentlich ein Equalizer und ein Mastering-Plugin, das hat ein Equalizer, jetzt ein Imager, also quasi wo man das Stereo-Bild überblicken kann, und einen Maximizer. Uns interessiert aber nur jetzt der Equalizer, um zu gucken, was denn Frequenztechnisch abgeht. Die machen im Prinzip beide das Gleiche in der Nutzung, in der wir es jetzt brauchen. An sich ist aber das Ozone-Plugin deutlich nützlicher, weil man das auch bearbeiten kann. Der Analyzer von Melda Productions ist lediglich zum Analysieren gedacht. So, wir haben hier noch einen Julien-Laudness-Meter, ich zeige die Plugins gleich auch nochmal. Der dient einfach nur dazu, die Lautheit quasi zu überblicken, also quasi die Lautstärke des Songs. Das ist jetzt nicht 100% das Gleiche, also Lautstärke und Lautheit, aber im Mastering-Kontext kann man das der Einfachheit halbemal gleichsetzen. Kurz zu mir noch für Leute, die mich nicht kennen. Ich bin Audio-Engineering-Student, ich bin auch Profisator, studierender Musiker, also Gitarrist und Musiklehrer, aber in dem Sinne bin ich jetzt erstmal Audio-Engineering-Student. Das heißt, ich bin kein Profi, ich bin kein Profi im Mastering, noch lange nicht. Das heißt, alles, was ich hier von mir gebe, ist meine Meinung, die durch mein bisher erlangtes Fachwissen gestützt wird. Falls ihr das anders seht, falls ihr deutlich mehr Ahnung habt auf dem Gebiet als ich, gebt gerne in konstruktiver Form euren Senf in den Kommentaren dazu ab. Würde mich sehr freuen, noch ein bisschen Input zu bekommen von Leuten, die da vielleicht mehr darüber wissen als ich. Aber ich nehme mich trotzdem mal raus, meine Meinung hier zu verbreiten. Und genau, ich würde sagen, wir legen direkt los. Die erste Sache, die mir auffällt, also ich habe natürlich hier beide mit Tracks mal reingezogen. Ihr seht hier Spur 1, Herze Light 1995. Spur 2, Herze Light 25. Man merkt schon, die Tracks sind auf der 25-Jahre-Jubiläums-Edition ein bisschen kürzer geschnitten. Und zwar sowohl vorne als auch hinten. Wir sehen hier, der hört früher auf. Am Ende ist ja eh nur stille, aber er hört früher auf. Und hier fängt er später an. Ich habe die beiden mal synchron geschoben, damit man einigermaßen einen Direktvergleich machen kann. Was auch auffällt, und das ist direkt mal ein Begriff, den wir noch klären können, den habe ich schon mal in meinem Gitarren-Recording für zu Hause, Workshop-Video, was ihr auch hier oben findet, erklärt, die Phasenlage. Die ist nämlich genau gedreht. Und was heißt das? Die Phasenlage, ihr seht hier die Schallwellen natürlich. Also das ist ja natürlich alles die Wellendarstellung des Schalls im Endeffekt, der hier auf dieser Tonspur liegt. Und das ist auch der Stereospur. Wir haben ja hier einen rechten Kanal, das ist die obere Linie. Und wir haben einen linken Kanal, das ist hier unten. Das ist vertauscht auch, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Jedenfalls eben rechts und links, was wir im Endeffekt auf den Boxen beziehungsweise auf den Kopfhörern eben auf den entsprechenden Seiten hören. Deswegen haben wir eine Stereospur, Stereo-Audio, wie auch immer. Das ist typisch für Musik. Also Musik in Mono wird eigentlich kaum noch gemacht. Also es wird darauf geachtet, dass Musik in Mono funktioniert. Aber sie ist nicht in Mono im Endeffekt auf einem Datenträger gespeichert, weil wir hören ja nicht nur über einen Lautsprecher meistens, wir hören ja über zwei. Ob es das Boxen sind, wie sie hier vor mir stehen, oder ob es das Kopfhörer sind. Eins, zwei. Stereo. Links, rechts. Wollt ihr gerade andersrum zeigen. So, die Phasenlage. Wir haben hier die Wellen und ihr seht, die gehen mal nach oben, mal nach unten, mal nach oben, mal nach unten. Und das ist die Phase. So bezeichnet man das. Einfach die Richtung, die Abfolge, wie das schwingt. Wenn man mal genau darauf achtet, ich gehe mal hier ein bisschen rüber, wo ein bisschen größere Wellen zu sehen sind. Ich kann das auch mal ein bisschen größer ziehen hier in der Darstellung, dass man das noch deutlicher erkennen kann. Hier in der originalen Audio ist die Phasenlage so rum, dass jetzt zum Beispiel an dem Punkt der Taktanfang hier, ne, das ist der Taktanfang, ich habe die Geschwindigkeit nicht genau abgeglichen jetzt, dass hier auf jeden Fall an dieser Stelle der Ausschlag erst nach unten geht, dann nach oben, dann wieder nach unten. Wenn wir jetzt mal hier unten schauen, in der neuen Remaster-Variante, dann geht der Ausschlag hier erst nach oben, dann nach unten und dann nach oben, also quasi genau um 180 Grad gedreht. Und das sorgt dafür, dass wenn wir die beiden Sachen jetzt zusammen abspielen, das kann ich auch mal kurz machen, ich bin jetzt einfach mal so frei und lasse mal ganz, ganz kurz eine Audio laufen, ich entmute beide Spuren, das heißt, wir hören jetzt beide Audios. Merkt ihr was? Das klingt sehr, sehr, ich spüre mal so die Original-Version, ich mache die Original-Version, ich spüre mal kurz ab. So klingt das Original. So klingt das Neue. Und so klingt beides zusammen. Merkt ihr das? Das klingt so ein bisschen sehr, sehr mit so einem hellen Rauschen versehen, das klingt sehr, sehr dünn und klingt sehr, sehr luftig, aber auch so ein bisschen beißend. Und das passiert genau, wenn, also genau unterschiedliche oder gegensätzlich gespiegelte Phasenlagen aufeinandertreffen oder halt gedrehte Phasenlagen, dann löscht sich das nämlich gegenseitig aus. Das heißt, man hört im Endeffekt nichts mehr. Das hebt sich einfach gegenseitig auf, weil sich die Werte hier addieren irgendwo. Und naja, Minus und Plus ergibt halt Minus. Das heißt, im Endeffekt kommt hier dann quasi Null raus. Da die Schwingungen jetzt nicht 100% exakt gleich sind, findet keine komplette Auslösung statt, aber es wird auf jeden Fall schlechter hörbar. Oder das Klangergebnis verschlechtert sich deutlich. Das ist aber jetzt erstmal noch gar keine Problematik oder gar keine zwingend wichtige Eigenschaft des Remasters beziehungsweise im Vergleichspunkt. Das ist mir nur aufgefallen, ich fand es interessant, deswegen wollte ich erst mal zeigen. Im Endeffekt, was wir jetzt hier wahrnehmen als Unterschied, ich kann nochmal kurz saufen lassen. Hier zum Beispiel. Mehr will ich gar nicht zeigen. Original. Was wir jetzt erstmal gucken können, wir können mal kurz hier in den Analyzer reinschauen. Ich mache jetzt mal Ozone auf, und zwar einmal vom Original und einmal von dem Remaster. Und ich halte mal beide Spuren stumm, das heißt, wir hören jetzt erstmal gar keine Musik. Ist aber auch nicht wichtig oder nicht schlimm, wir wollen uns ja erstmal nur das Frequenzspektrum anschauen. Die Plugins funktionieren auch so. Was wir hier sehen, ist das Frequenzspektrum der Songs. Das hier ist das Original, das hier ist das Remaster. Wir haben hier unten, also das sind hier die Frequenzen, also quasi tiefe Frequenzen, und immer höher gehen bis hin zu ganz hohen Frequenzen, alles abgedeckt zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz. Das ist der menschlich hörbare Bereich von quasi dem Klangspektrum. Alles, was drüber liegt und drunter liegt, können wir nicht wahrnehmen. Hier unten im Bassbereich haben wir natürlich einen sehr großen Shelf, quasi eine sehr große Beule, so gesehen. Da ist natürlich alles, was so Bassdrum angeht, die tiefen Toms, das Lowend von Bass, und auch vielleicht noch ein bisschen Gitarre, aber Gitarre ist eher so hier im Bereich zwischen 100 und 300 Hertz, das Lowend. Und alles, was hier unter 100 ist, wie ihr seht, unter dem ersten Band hier, ist eigentlich alles Bassdrum und alles tiefes Gerumpel von irgendwelchen anderen Bass-Elementen. Und das sieht doch eigentlich erst mal relativ gleich aus in den beiden Fällen. Es geht alles so bis minus 20 dB ungefähr von der Lautstärke her. Und das ist kein dramatischer Unterschied. Und auch generell sehen wir eigentlich nicht viel, was sich hier unterscheidet. Wenn wir mal so die einzelnen Bänder überblicken, die jetzt hier vom Programm oder vom Plugin selbst vorgegeben sind, merken wir, dass der Ausschlag eigentlich überall ungefähr gleich hoch ist. Wir sind hier immer so ein bisschen über der Anzeige hier und das ist alles nicht dramatisch. Das Einzige, was ich jetzt so wahrnehmen würde, ist, dass die Beule hier im Bassbereich beim Remaster ab und zu ein bisschen weiter ausschlägt oder ein bisschen konstanter ausschlägt und nicht so schnell abflacht, wie hier hinten zum Beispiel. Das heißt, wir haben, und das hört man auch tatsächlich. Deswegen habe ich so gerade eben die Stelle mit dem etwas heftigeren Riff abgespielt, um das schon mal einzuläuten. Vielleicht hat es ja erst schon gemerkt, im Bassbereich ist das Remaster ganz, ganz knapp voraus. Ich kann jetzt gerade noch mal das laufen lassen. Hier noch ein kurzer Ausschnitt. Es ist kein krass merkenswerter Unterschied, aber man merkt, dass das Low End ein bisschen druckvoller ist. Und ich nehme mal an, dass da wahrscheinlich mit einem Multiband-Kompressor, welchen ich jetzt hier auf das Original mal draufgelegt habe, gearbeitet wurde, um das Low End ein bisschen punchiger zu machen und ein bisschen mehr zu bändigen. Also ein Multiband-Kompressor ist im Prinzip dazu da. Also ein normaler Kompressor ist ja erst mal dazu da. Entweder Transienten, also Anschläge, also nicht Terroranschläge, sondern das hier sind diese Ausschläge, die hier nach oben gehen in der Wellenform. Das sind Transienten. Das sind quasi, wenn ich jetzt auf das Snare drauf schlage, habe ich hier so einen Ausschlag, weil das ist ein gezielter Schlag auf ein Fell in dem Fall, eine gezielte Klangerzeugung, die sehr schnell und sehr laut ist. Und da haben wir einen Transienten, also quasi das Aufschlagsgeräusch. Und der klingt dann eben ab. Deswegen fällt hier die Welle auch so ab. Und das sind unsere Transienten. Und mit einem Kompressor kann man entweder, wenn man ihn sehr, sehr schnell reagieren lässt, Transienten einfangen und abdämpfen. Oder man kann den Kompressor so einstellen, dass er eine Zeit lang abwartet, langsamer reagiert und dann erst mal den Transienten durchlässt und dann ab hier zum Beispiel erst reagiert und dann den Rest abdämpft, also quasi leiser macht. Und wahrscheinlich wurde hier mit einem Kompressor das Low End generell ein bisschen eingefangen und wurde dann auch ein bisschen lauter gemacht. Das kann man hier zum Beispiel mal machen. Ich habe ja schon mal eine Einstellung gemacht, wo ich hier den Sub-Bass-Bereich, also quasi unter 100 Hertz, eingefangen habe und den Bass, oder eigentlich, ja gut, ich habe jetzt hier bis 1000 Hertz, das ist ein bisschen viel. Ich gehe mal hier so bis 300, dass wir so im Bass-Bereich sind, so im, ja, vielleicht auch unteren, mitten, oberen Bass-Bereich. Und dann kann ich den mal anmachen. Und dann können wir mal kurz reinhören, in die Remaster. Und dann hören wir mal noch mal kurz hier rein. Jetzt habe ich den Bass-Bereich, jetzt habe ich das Plugin quasi angeschaltet. Habe hier natürlich eine gewisse Ratio eingeschaltet, also wie stark der Kompressor abdämpft. Hier ein bisschen Output-Gain wieder aufgedreht, weil ein Kompressor macht ja erstmal leiser, um das Signal zu verdichten. Und dann macht man im Nachhinein mit dem Gain-Make-Up quasi, also dem Wiederaufziehen quasi des Gains, der Lautstärke, macht man das Gesamtsignal, was jetzt dichter ist als vorher, lauter. Ich habe das so angeglichen, dass es ungefähr so laut ist, wie es vorher war. Also ich habe es nicht lauter gemacht, als es sein sollte. Und wenn man das aktiviert, dann klingt die Original-Version näher am Remaster, zumindest so, wie ich das wahrnehme. Also ich gehe fest davon aus, dass man hier im Mastering einfach nochmal mit einem Multiband-Kompressor das Low-End ein bisschen gebändigt hat, um halt einfach dem Ganzen noch ein bisschen mehr Druck zu verleihen. Das könnte man theoretisch einfach machen, indem man beim Original mit einem Equalizer das Low-End ein bisschen hochzieht. Und ja, aber das haben sie jetzt hier so gemacht. Nehme ich an, ich gehe davon aus, wie gesagt, ich war nicht dabei im Prozess des Entstehens, was man auch, wie gesagt, kann man mal versuchen, das mit einem Equalizer ein bisschen zu simulieren. Natürlich ist das dann nicht 1 zu 1 so, aber ich mache jetzt hier mal einfach noch einen Low-Cut, dass ich es nicht zu arg... Machen wir mal 6, machen wir mal 12. Ja, machen wir mal 6 dB. Jetzt kann ich mal Solo schalten. Jetzt hört man nur den Bassbereich, den ich ausklammere. Sehr tief. Okay, wir haben hier noch ein bisschen Signal. Noch 20. Eigentlich nur tiefes Grummeln. So. Und jetzt kann ich mal hier mit so einem Band einfach ein bisschen... Ich mache mal sogar einen Low-Shelf und dann kann ich hier hochziehen. Bisschen über 1 dB habe ich mal ein bisschen angehoben. Jetzt klingt es auch ein bisschen bassreicher, weil ich den Bassbereich hier angehoben habe. Allerdings ist der Druck jetzt nicht so krass da. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass ein Kompressor verwendet wurde und das habt ihr gerade gehört oder gesehen. Was wir noch anschauen können, ist hier der Lautness-Meter. Da geht es dann darum, weil Mastering ist ja eigentlich auch so ein bisschen, also im ganz, ganz grundlegendsten Sinne ist Mastering ja erstmal das Erzeugen eines gewissen Lautheitsgrades, um zum Beispiel jetzt auf das Niveau von bestimmten Streaming-Plattformen oder auch von einem CD-Release zu kommen. Man mischt da so meistens irgendwas zwischen minus 12 und minus 10 LUFS. Das sind Lautness-Units, Full-Scale. Das ist im Prinzip, ist das gleichzusetzen mit Dezibel, aber man sagt es hier halt im Mastering-Kontext in Bezug auf die Lautheit, nicht Lautstärke mit LUFS, aber man nennt es mit LUFS, aber im Prinzip sind es, um es mal einfach zu machen, dB. Wir sind im Minusbereich, was üblich ist. Dann lassen wir mal kurz laufen. Wir haben hier wieder das Original und wir haben hier das Remaster. Wir brauchen ja die Audio nicht und gucken jetzt mal. Ich habe die Spuren, wie ihr hier im Mixing-Fenster nicht sehen könnt. Na, geh mal weg hier. Ich habe die Spuren quasi naturbelassen. Ich spiele das hier nicht mehr ab. So. Die Spuren naturbelassen. Ich habe hier an der Lautstärke nichts gedreht. Ich habe auch keiner der Plugins irgendwie jetzt draufgeschmissen, die irgendwas am Sound verändern. Ich habe lediglich die Analyzing-Tools drüber laufen und da sehen wir, das Herz seit 1995 ist ungefähr, also man müsste jetzt den ganzen Track durchlaufen lassen, um den genauen Wert zu ermitteln, hier bei dem Integrator. Das gibt so die Gesamtlautheit an. Wir machen das mal einfach sporadisch. Wir sind hier bei minus 10,6. Das heißt, das ist die Ursprungslautheit des gemasterten Tracks und wir sind hier bei minus 10,2, 10,1. Als ich es vorhin schon mal durchlaufen lassen habe, war es genau bei 10,0 und hier war es bei 10,5 eigentlich konstant. Das heißt, wir haben eigentlich einen Unterschied von 0,5 dB, oder L-U-F-S, die das Album lauter klingt im Remaster, also in der neuen Variante. Es ist etwas lauter, allerdings sehr unwesentlich. Wir sehen auch, es schwankt immer so ein bisschen, aber der Unterschied von 0,5 ist immer ungefähr da. Also jetzt 0,4, 0,5 und das zeigt, dass das Album in der Remastered-Version etwas lauter gemischt ist, etwas lauter gemastert ist. Das ist allerdings aber ein Wert, den eigentlich das menschliche Ohr so gar nicht wahrnimmt, weil das menschliche Ohr nimmt Lautstärkenveränderungen eigentlich erst ab einem dB Unterschied, also einem dB Unterschied wahr und wir sind hier bei 0,5 und das ist eigentlich kein wesentlicher Unterschied. So, das ist zum Beispiel so viel dazu. Also, was wir bisher an Informationen haben, Phase ist gedreht beim Remaster, was kein wesentlicher ausschlaggebender Punkt ist. Im Bassbereich sind wir ein wenig gebündelter, gebändigter, wie auch immer und ein bisschen geboostet und wir sind minimal lauter. Was wir jetzt noch gucken können, ist, wie es denn mit dem Thema Denoising aussieht. Noise ist ja das englische Wort für, naja, Geräuschlärm auch oftmals benutzt und es geht dabei um Hintergrundrauschen zum Beispiel und das wird beim Remastering gerne entfernt. Das ist ein Vorgang, also das Denoising, also D im Sinne von D, also Entlärmen quasi. Das ist was, was beim Remastering, also bei so einem digitalen Remastering ganz gerne gemacht wird. Digitales Remastering übrigens, das habe ich gar nicht erwähnt. Wir haben es hier mit einem digitalen Remaster zu tun. Das heißt, wir haben das alles wirklich nur über solche Plugins, also zum Beispiel so eine Multi-Band-Kompressor, jetzt nicht den von Cubase, den Stock-Kompressor, aber wahrscheinlich irgendeinen anderen hochwertigen, teuren, der vielleicht sogar ein analoges Tool emulieren soll, aber es ist alles mit digitalen Plugins gemacht. Es wurde nichts jetzt irgendwie durch analoge Hardware-Technik durchgejagt, sonst wäre es ja ein Analog-Remaster. Ja, aber so wie es ja hier auf der Hülle stand, also der Sticker ist nicht mehr drauf, wie ihr am Boxing sehen konntet, es ist ja ein Digital Remaster, das heißt, wir haben es hier alles mit Digitaltechnik quasi geregelt. Und genau, das Denoising, kommen wir darauf zurück, es geht darum, gerade bei alten Produktionen waren die Produktionen und die Musikaufnahmen oft relativ verrauscht, weil die Technik damals noch nicht so rauschfrei war wie heute und weil natürlich auch die Aufnahmemethoden also sowohl die Digitaltechnik als auch die analoge Technik war eben nicht so rauschfrei und weil auch die Aufnahmemethoden teilweise in nicht so gut optimierten Räumen stattgefunden haben und dies, das. Deswegen kann es dazu kommen, dass es rauscht. Deswegen habe ich mir den Song Seemann rausgesucht, der im Gesamten deutlich ruhiger ist als der erste Track, den wir hatten. Und ich werde mal kurz das Original anspielen und darauf werde ich dann das Remaster anspielen und ihr könnt mal vergleichen, inwiefern das Rauschen unterschiedlich laut ist oder ob es denn so ist. Ein bisschen lauter. Also ich höre ein deutliches Rauschen. Also es ist natürlich deutlich, wenn man darauf achtet. Es ist es nicht so, dass es einem komplett die Ohren verkratzt, wenn man den Song hört. Wahrscheinlich nehmen es die meisten von euch erstmal gar nicht wahr, wenn sie den Song kennen. Also sie den Song gut kennen vom Hören. Ich kenne ihn auch vom Hören. Ich wollte es gar nicht sagen, dass ich ihn nicht kennen würde. Aber wenn man darauf achtet und nach Rauschen sucht, wird man fündig. Auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal, wie es bei der Remaster aussieht. Was auffällt, das Rauschen ist auf jeden Fall leiser im Remaster. Hat auf jeden Fall ein bisschen die Neust. Die allgemeine Waveform ist auch ein bisschen zusammengedrückt. Da dürfte wieder der Kompressor im Spiel gewesen sein. Und im Endeffekt klingt das Ganze auch ein kleines bisschen leiser. Aber es ist nicht nur so, dass der Track an sich leiser ist oder die Spur hier in dem Falle, sondern das Verhältnis von Nutzsignal, also Musik und Rauschen ist für mich zumindest deutlich erkennbar beim Remaster auch leiser geworden. Also der Abstand ist größer, das Rauschen ist leiser. Das heißt, man hört das Rauschen eigentlich kaum noch. Und hier hört man es relativ deutlich. Das Rauschen kann natürlich auch einen gewissen Charakter hervorrufen. Es muss nicht immer störend sein. Es kann eine gewisse Lebendigkeit zubringen zum Sound und wird auch gerade im Sinne des Ditherings, falls jemand in der Begriff was sagt, oft benutzt und zum Beispiel einem Signal, was mit Störgeräuschen irgendwie behaftet ist, auf natürliche Weise etwas zuzumischen. Also ein Rauschen, ein natürlich klingendes Rauschen, ein analog klingendes Rauschen, was dann auch den Sound lebendiger macht, um eben diese Störgeräusche ein bisschen zu überdecken. Das macht man auch ganz gerne. Aber in dem Fall wurde natürlich darauf geachtet, das wird wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Punkt des HD-Remasters sein, dass man eben das Rauschen möglichst reduziert. Das heißt, was wir hier im Endeffekt im Remaster haben, was ich jetzt erkennen konnte, Bass-Bereich wurde ein bisschen verdichtet, ein bisschen druckvoller gemacht, ein bisschen angehoben vielleicht sogar. Es wurde denoist und im Endeffekt, ja, wir sind ganz minimal lauter geworden. Lohnt sich deswegen jetzt der Kauf der Remastered-Version? Ich glaube nicht. Es sei denn, man besitzt die Originalauflage des Albums auf CD jetzt noch nicht. Wie ich zum Beispiel, wie gesagt, die ist ausgeliehen, speziell für dieses Video, um an die Originaltracks zu kommen. Ich wollte sie nicht von YouTube ziehen, weil da sind sie ja extra mal von YouTube komprimiert und das ist ja auch kacke. Und was man übrigens auch merkt, hier gerade beim Song seht man, das sehe ich hier gerade, das seht man, sieht man sehr deutlich. Hier, guck mal, die beiden Spuren sind gleich breit gezogen und hier gehen die Peaks oben auf jeden Fall bis an den Rand und zum Teil wird, glaube ich, sogar, ja, wird auch im Limiter hier abgeschnitten. Also man sieht hier ganz deutlich diese ganz, ganz gerade Kante hier. Das ist nicht natürlich. Da wurde auf jeden Fall geklippt, das heißt, eigentlich wäre die Spur hier lauter gewesen, aber der Peak, also die Spitze wurde abgeschnitten von einem Limiter der das Ganze begrenzt und hier unten wurde das so ein bisschen verdichtet, wahrscheinlich auch mit einem extra Plugin noch, diese Peak-Spitzen wurden quasi nochmal nachgeformt, dafür gibt es nämlich auch Plugins, die das machen, damit man eben keine Verzerrung drin hat. Verzerrung ist ja quasi übertriebenes Klippen, dass man das nicht drin hat, wurden hier, glaube ich, die Peak-Spitzen nochmal nachgeformt von einem Plugin digital und dann wurde das Ganze ein bisschen abgesenkt. Das heißt, hier sind die Peaks ja maximal irgendwo hier in dem Bereich und hier gehen sie ja wirklich bis oben an den Rand, also quasi eigentlich bis über den Nullpunkt. Ja, wie gesagt, lohnen tut es sich meiner Meinung nach nicht, aber das ist wahrscheinlich bei den meisten Remasters so, es wurde erst gemacht, was bei den Remasters nun mal gemacht wurde. Was vielleicht ganz cool gewesen wäre, wäre ein Remix gewesen, falls man die Einzelspuren noch hat, das wäre eigentlich auch wahrscheinlich nicht zu viel Aufwand gewesen. Der Problempunkt dabei ist nur, dass natürlich der Soundcharakter, wie man ihn vom Album kennt, dann verändert werden würde. Ob man das will, ist die Frage, weil ich denke mal, technischer Aufwand wäre zwar da gewesen, aber es wäre nichts gewesen, was Rammstein nicht hätten bewältigen können oder finanzieren können, dass eben ein Engineer, ein Team von Engineers dieses Album remixt. Eine Re-Recorded-Version wäre vielleicht auch cool gewesen, aber das ist natürlich alles auch mit einem sehr großen Aufwand verbunden und wenn man sich aktuell eher auf neue Produktionen konzentrieren will, dann macht man halt ein Remaster ist, denke ich, in Ordnung, ist vertretbar. Ich meine, an sich die Auflage nochmal neu rauszubringen oder das Album Neuauflage rauszubringen zum Jubiläum ist ja erstmal cool, weil die alten CDs sind auch nicht mehr im besten Zustand vielleicht. Ob die noch neu produziert werden, ich bezweifle es, spätestens jetzt nicht mehr. Dann nochmal so ein schönes, ja, aufpoliertes Layout auch zu haben oder Design, was die Packung angeht und eine vielleicht dann auch ein bisschen überarbeitete CD kann nicht schaden. Also es ist schon für Sammler ist es auf jeden Fall ein Muss, nehme ich mal an. Für Leute, die es noch nicht haben in der Originalversion, so mich auf jeden Fall auch. Aber an sich ist es keine klangliche Notwendigkeit. Jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was euch vielleicht noch aufgefallen ist oder ob ihr noch andere Sachen irgendwie jetzt auch vielleicht aus Expertise heraus bemerkt habt oder ob ihr irgendwelche Infos habt, die mir vielleicht entgangen sind über das Ganze. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da, wie ihr das Video fandet, ob ihr es öfter mal hören wollt, sehen wollt vor allem auch. Wenn es sich gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall ein Like. Das würde mich sehr freuen, würde mir auch sehr helfen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt und mehr davon sehen wollt. Und wenn ihr mich noch supporten möchtet, dann findet ihr unten nach oben auch meinen Patreon-Link. Da könnt ihr mir ein bisschen was da lassen und bekommt auch extra Content, wie zum Beispiel Behind-the-Scenes-Sachen, Outtake, Best-Offs und so all so ein Kram. Genau, da würde ich sagen, Leute, macht's gut, haut rein, hört Rammstein und genau, Metal-Off, Herzenleit-Off. Ich bin raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.